... Okay und... Feuer Leute! Boah! Super, dann schnell nachladen, wieder in Position und dann geht's weiter. Da gibt's eine Hinrichtung Junge! Ja, Dominik mit der Heiden und dann weiter geht's! Führen halt gut zu weisen nach oben, also drinnen machst du weiter Wer ist an der Leiche? Ich bin an der Leiche Okay, dann haltest du die da Alter, war ziemlich weit neben uns, ne? Nicht weit weg von uns, oder? Nee, war gut, ich hab ja zu viel durchs Mikro nur gehört Weiter geht's Bin grad richtig stolz auf mich, dass ich den gesehen hab Ja, war gut, war auf jeden Fall sicher Ja, super, ganz wichtig Ich war schon noch vorbei Ja, hey, du sollst aber nicht geschossen nachher, gleich dann Ja, das hätte nicht lange gedauert, hätte er uns gesehen Äh, ich meine, nur ne Frage, hat den Handschellen dabei eigentlich? Ich, muss sofort kommen Glaub ich hab welche Aber den hätten wir in Handschellen legen können, ne? Ja Handschellen hätt ich auch Hätt euch gar nicht mitgelegt, oder was? Konzentration? Nee, nee Ich hab Handschellen mit Schlüssel da, Pristine, wenn's wär Ja, ist egal jetzt Ist geclitcht, dass er gleich wieder rein ist, das kann sein Weißt du, der ist im Gebäude drinnen? Mh, der ist hinten an der Wand, wo ich jetzt drauf schauen kann Ist der rausgeclitcht, ist ein Stückchen gelaufen und dann war er auf einmal weg Weiß nicht, ob's den wieder zurückgezogen hat Oben in dem Raum, oder wo? Nein, unten Unten ist im HQ2 keiner Ja, ich hab auch gerade einen mit ner Hut und mit ner Armbrust rausrennen sehen Okay Bewegung auf den Tower oben Ja Der schaut sozusagen in deine Richtung Seht ihr, wenn der in Richtung Feld guckt? Weil ich bin jetzt auf dem Feld Ich weiß nicht, ob mich ein Sniper von uns sieht Warte, da krabbelt einer weg Geht mal bitte vom HQ Wir gehen nicht mehr raus jetzt Achso, ihr seid Ja, sag weiter, erzähl weiter wo der ist Ähm, wenn ihr HQ einfach Richtung Vorrichtung dem Häuschen geht Krabbelt er auf der Wiese Richtung dem Häuschen am Daunt fahren, oder? Jetzt liegt er Ich weiß nicht, ob der tot ist Ja, tot Ne, der krabbelt noch Ne, der krabbelt noch Jetzt krabbelt er vorwärts weg Da kommt noch ein Bambi an Zwei Bambis jetzt da oben Ja, warte, ich seh dich Weiter, 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 weiter Geradeaus, geradeaus, geradeaus 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 Immer weiter, geradeaus Bambi rennt doch nicht zu Ja, das bin ich aber Ach Upsack, nein, du bist der andere Ne Das ist er nicht Er ist da hinten Das ist ein anderer Bambi Ich wollt grad sagen, weil der war nämlich schon ein bisschen besser equipped Ich hab hier aber auch ein Zombie an der Backe Ich hab hier aber auch ein Zombie an der Backe Naja Ich hab ein Zombie an der Backe Ey ehrlich Dich seh mal jetzt Können wir mal wieder zusammenkommen, irgendwie? Naja, ich komm wieder hoch Bist du wieder da oben? Ich weiß Achtung, ich hab sie zu drüben Ich hab mein Spielglück gelernt, aber es ist hier zu sehen Wenn ich mich nämlich hinlege, ist Graf vor mir Ich weiß nicht, wo ich genau war, weißt du das noch? Welche Pose da vorne Wer ist denn hier neben mir? Ja, ich bin ja zu da Ich Okay Da hilft überhaupt noch einen Tower-Ausgang oder so? Tower-Ausgang zwischen... Ja, die haben wahrscheinlich mich vom Tower-Ausgang gekriegt Nein, Tower oben hat er dich runter geschossen Da steckt er schon wieder auf mich Was ist denn, was ist denn jetzt los? Oben auf dem Tower ist er definitiv Nebo, siehst du den nicht? Nein Das ist keiner Doch, auf dem Tower liegt einer, also... Ja, er liegt da Der muss mich auf den Tower Ja, er liegt da Da hat er geschossen Das wurde... Natürlich ist er da oben, lila Rucksack Ganz oben liegt der Der hat schiengelegt, nachdem ich ihn getroffen habe Und der hat dich abgeknallt Der hat aufgestanden, nachdem ich ihn getroffen habe Der hat aufgestanden und hat dich geschossen und war tot Ja, kann ich bestätigen Damit willst du mal die Tür im Blick behalten? Ja, mein Spiel... ich drehte hier gerade durch Ja, dann sag das mal bitte, weil dann kann ich nicht die Treppe und so hier wegschneiden Bitte? Ja, ich hab dich nicht gelegen Doch, wir waren gerade... wir waren hier Ja, krass, ich kann nicht durch... Wir waren... wir waren hier am Weg Oh, ich bin wieder da Jetzt gar nicht Ja, war das gut am Tower und... ah, da bin ich Soll ich das einfach mal probieren jetzt im HQ, den oben zu bekommen, oder? Lauf vorsichtig, third person rückwärts hoch und dann... Rechtzeitig heranschalten Naja, das ist das Problem, dass du kommst Wer hat Vorzungen da oben? Wer hat Vorzungen da oben? Wer hat Vorzungen da oben? Ja, der hat auf jeden Fall einen Vorteil Reden bringt nichts David, den... Reden? Genau den Moment da bauten Keiner von uns? Nein Ich hab bei mir einen Einschuss gehört Rosin Wenn wir einen Sniper hier irgendwo sitzen Vielleicht der Hanno ist wieder da Habt ihr das Zeug irgendwie versteckt? Ja, die gleiche ist gerade... Ne, der Hanno ist nicht da Das ist... Da muss jemand anders sein Der hat eine andere Bandbreite Unten läuft einer am HQ Lila Rucksack, der ist unten Kann ich? Das bin ich Nein Ich merke das doch mal wie der Penny aussieht Ja Mensch, ich hab' der rosa Mütze auf Lila Rucksack Der Typ auch oben Nein, der obere Typ hat ein Hunting Backpack Wir haben alle Hunting Backpack Grünes Barrett Gasmaske So sehen unsere Feinde jetzt mal untern aus Alle Alle Drei im Tower Wie eurer da aussieht Kann ich euch nicht sagen Habt ihr nicht gesehen Noch nicht Ich glaub, der hat auch nen Gas nachgegen Bebo, kannst du jetzt... siehst du auf dem Tower Fangen wir mal... alles Sozusagen... würdest du sehen, wenn sich einer hinhockt? Ja, wenn sich einer hinhockt, würd ich es sehen Also da guckt der Kopf leicht draus und dann... Sowas würde ich erwarten David, ich brauch's mal... David, ich brauch jetzt mal bitte kurz... Ah ne, das ist scheiße, ich hab' keinem mehr draußen Bebo, schieß mal aber einfach jetzt Also immer so nicht alles gleich hintereinander Einfach nur immer so... Schuss Eins, zwei Sekunden Schuss Ein, zwei Sekunden Schuss Ähm, Benni Benni, da kann ich auch mit unterstützen Ich seh'n Tower hier auch Ich kann auf'n Tower schießen Ja, okay, da schieb's auch mal drauf Die dürfen mich nicht hören, wie ich da hochkletter Ja, aber Erich, du verrät's meine Position, wenn du schießt Ja, ist egal Los jetzt das Es geht los Und zwar... jetzt Ich muss nachladen Ich bin noch da, ich hab' noch Schuss Okay Ja, hockt da noch, hockt da noch Ja, hockt da noch Ja, hockt da noch Muss nachladen Schießt ab, wenn er könnte Tot, glaub' ich Aber... Nee, nee, der lädt nach Bist du schon ein Stückchen oben? Nee, nee, ja, hockt noch an der Kante Soll ich weiter schießen? Äh, erstmal nicht, nee Kann keinen ruhigen Schuss dir auf der Stege machen, das ist so... bescheuert, ey Jetzt leg dich auf dem Wege hoch Warte, ich muss jetzt ziemlich schnell Siehst du ihn von deiner Position aus, da nicht bei dem... äh, blauen Schrank liegen? Jetzt ist schön Bebo? Was denn? Ob du ihn nicht siehst von deiner Position aus am blauen Schrank liegen? Nein Der hockt am blauen Schrank, da hat er sich hingehockt Ja Also da hat er sich hingelegt In der Höhe vom blauen Schrank Ich weiß jetzt nicht, ob's an der Wand bei dir war oder hinten am blauen Schrank Nein, es wird am blauen Schrank sein Hier mitten offen, Erik, oder was? Bitte? Soll ich hier mitten offen liegen, oder was? Ja, ich... ich weiß doch nicht, äh, müssen wir das nächste Mal eine ordentliche Position suchen, es tut mir leid Ich kann doch alles dafür Nein, warum geht's nicht, aber dann gehen wir wieder zurück, oder? Es ändert sich nicht, dann fahren Sie halt Okay, der Wieser sich gewertig vorab, bist du doof Ich würde ja gar nicht rumbekommen, aber... So Leute, hake mich kurz in Äh, ich bin weg Wir hören uns wieder Alles klar Alles klar Ja, Michi Bis denn, ey Was ist gut? Okay, Michi war jetzt derjenige, der gestorben ist, oder? Ja Genau Alles klar Nur um das klar zu machen, ich darf es nicht Ist eigentlich... Ist eigentlich... Ist eigentlich unten die Tür vom Tower, ist die auf? Ja Auf, ja M4, schieß Oh, der schieß doch, der schieß doch Ich versuch doch nicht, der schieß doch Okay, okay Ich kann halt nicht hochklettern, dann tot Hm... Ja, dann wär's vielleicht... ich weiß nicht Das ist grad blöd Eigentlich müssen wir erstmal einen... also erstmal den einen im Headquarter Niederstrecken, wenns geht Ja, ich kann... ich kann mal... nein, ich kann jetzt nicht zu euch laufen Ne, dann... Probier ich das jetzt einfach mal Hat einer überhaupt noch die... die Tower Tür im Blick? Weil nicht, dass jetzt so einer rausläuft und dann Benny von der Leiter bollert Nee, da tue ich, alle sind dann drinnen Die sind alle bei den Orten Nee, die nicht Er scheint sogar AFK zu sein, keine Ahnung Kann zur Tür gucken Also oben, äh... kann jemand ins Headquarter oder in den Raum schauen, da? Ist da jemand drinnen in dem Raum? Nee Da hockt einer drinnen, ja Man kann nicht auf den Boden schauen, so hoch sind die Berge Benni, zu dir läuft ein Zombie Wer geschossen? Ich, Benni Also hockt einer in dem Raum im HQ oder im Gang? Benni, sachsen drei Leute drin, also einer oben und zwei... Im Radartower, ja Im Radartower, ja Also, wo ich von hochgeguckt hab, da saß er hinten Im Gang-Grenne Benni, Benni Benni, Benni Wenn ihr auch mal den, den unten an der Treppe wieder so erwischen, wie ich den anderen erwischt hab Nix, natürlich Haukt der richtig unter der Treppe, oder was? Genau, richtig unter der Treppe und der andere Ich versuch jetzt von der anderen Seite, aber so... Die Top, also du kannst reingucken, du siehst die halt beide nicht, weil die sozusagen immer hinter der Treppe sitzt Der eine auf der oberen, also hinter der oberen, der andere unter der unteren und der andere da oben, der knallt immer die Leute ab, die vorbeilaufen Ähm, ich komm mal zu euch kurz rein, ja, Haku Schalt mir mal die Situation an, weil das ist eigentlich, wie gesagt... Ja, das ist besser, wenn einer dann die Tür abdeckt und einer noch... Ich trau mich auch nicht Es kommt einer zum Haku... Achso, Entschuldigung Ja, Benni Ja So, wo ist der unser Kandidat? Genau, hier, wo ich hin, dort hier oben im Eck muss das sein Hier in dem Eck Also, da saß er vorhin auf jeden Fall, als ich hochgeguckt hab Und da hab ich schon geschaut, das seh ich nicht Nicht, dass das der Typ war und wirklich aus der Wand geglitscht ist, den du da vorne auf dem Feld erschossen hast Ähm, wer sich hat jetzt die Tür? Ich Du siehst, wenn die rauskaufen, oder? Oh, du siehst es Ja, ich kann beide Türen, also ich kann hier... Stauertür sehen und... Guck hinter mir auch ein bisschen ab Aber man sieht hier nicht so ordentlich, wenn man hier so... Durchglitschen will Ne Das ist auch einer von denen Auch grüne Barrette, also... Geht ihr stehen oder was? Ich hab geschossen Geht's Ich hab doch schon Ja, ich hab dich Ich hab gote Dominik, schieß doch einfach mal direkt bei dir. Schieß einfach mal drauf. Warte. Ich versuch's mal eben. Du hast getroffen. Warte. Warte, warte bis er sich probiert zu verbinden. Sehr schön. Er ist tot. Er ist tot. okay ich bin eben eben kurz hat man die ausgelaufen oder so eine scheiße klitscht da einer rein ein paar kuh und sieht die leute hinter uns hinter uns wer hat das gesagt denn nein ich blute wie die sauber ich musste meine sichtweite einstellen wenn die du bist oben ich bin um mit der munition der kam mit einem mistgabel gelatscht david du siehst noch die die da drinnen oder ich sehe die leute nicht aber also du siehst du hast den ausgang die ganze zeit gecheckt ich blute ich brauche ich geh kurz raus hast du keinen verbrannt oder was geht gerade soweit nichts besonderes ne jetzt passt jetzt passt ok alles ruined bei ihm ja sorry ja kein ding lass uns erstmal positionen bitte wechseln das ist jetzt scheiße ja ich muss noch mal kurz auf toilette bevor wir jetzt hier anfangen und dann muss ich noch nachladen also warte mal kurz schau mal ob der sich oben hingestellt hat oder so ja der liegt immer noch ansonsten hätte ich ihn schon ich bin noch mal kurz auf toilette und dann muss ich noch meine munition stacken ok bis gleich ja kann man gleich machen ja es geht noch es geht noch heimwegs so also die konklusion haben sie behalten der eine sitzt wie gesagt ganz unter der treppe also was er sitzt der steht da der eine hockt sozusagen auf dem zwischen keine ahnung zwischenabteil der treppen äh und der andere liegt hier bleiben eric ich esse ich esse ich esse ich esse ich esse wer hat geschossen Leute wer schießt wer schießt ich nicht ich auch nicht negativ bei uns also beim Radar Tower ich weiß nicht jederzeit läuft einer dahinter ich wieder ich hab die Sichtweite nicht reingestellt ich hab dich geschossen ich glaub das kam von der ich weiß nicht das Wimper war hier ein Mosin Schuss ja Mosin das kam von der Wiese hier glaub ich von welcher Wiese wo schlägst du wer schießt die mit Askaz negativ Sniperhügel 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 ich glaub einen Schütz auf einer mit der SPS ok eric unsere Chance das müsst ihr bitte irgendwie klären da ja ich höre hier immer einen Mosin Schuss ich geh auch Marcel wo bist du? ich bin in den Waldstück ich bin jetzt beim Hochstein ok mach langsam ich freu dich ich brauch nicht mehr viel ich brauch nicht mehr viel bebo in die ähm komm weiter recht halten eric ja ich seh dich in den Mosin Schuss Schuss ähm bebo in die Sniperposition kannst du nicht reinschauen in die 2 Reihen da vorne bei uns am Sniperhügel ähm es läuft ein Newbie zwischen den Hangern rum ähm es läuft ein Newbie zwischen den Hangern rum ja der ist erstmal nicht richtig ok fang ich ab sag mir wenn er zum Tower hinläuft bitte ja es sind die zwischen die 2 Hangern da rein wo siehst du den Sniperhügel den Sniperhügel die Baumreihe jaja ich seh alle beide aber ich hab ich seh kein Gesicht rausgucken oder so ok die Leiche kann ich halten oder? ja ja das soweit das da unten mit dem Baum Baumkrone die ich seh ist dritte Baumreihe ne eric oder sie mir aus der zweiten ja hm das muss die zweite sein also weiter unten die dritte ne oder ist das die dritte ja müsste das die dritte sein und vorne weiter vorne ist die zweite ich würd sagen wir robben vor ne ja ok Sekunde noch ich dann mach ich das hier noch leer mir fällt nichts ein leute mir fällt einfach nicht genau dieselbe Situation wie letztes Mal ja mhm oh wir rücken hier rum alter blauen Rucksack M4 Schiss M4 Schiss keiner hat mehr blauen Rucksack leute Prozent Prozent in Rumpau ist er gerannt Richtung Flugbahn ja man der ist richtig schnell den scheiß Cheetah ja der ist wo ich grad sagen der ist hier angeflogen gekommen alter dann den Cheetah hier der hier ist das oh Schießt da wer auf mich schießt da rum unten ist die dritte Baumreihe oh Gott schüssi hierher gehört oh Mosin war da Bilbaus zugeschossen ja ja der Typ der hinterm der steht hinterm Hangar du hast mich getroffen wir sind im Hangar dann ist aber der Schuss durch den Hangar durchgegangen ja ja also du hast der Schuss ist nie mehr eingeprallt mein Bild ich werd echt wohl schon wieder getroffen ey was ist denn hier los also wir hören keine Schüsse in der Nähe bei uns ja auch kein Schuss oh es wird auf mich geschossen nee das gibt's ich bin sowas von Kniven ich weiß nicht woher wenn du wissen würdest wer das ist ja das ist halt die Scheiße 4 schießt ihr völlig schütter und würde der auf dem Radar Tower sein der ist bestimmt rollen macht keine Frauen ist der bei denen reingegangen oder ne ne der ist hinter den Hangar ne ne der ist hinter den Hangar und gefetzt ist das nicht unten klicken wenn es ein Cheater ist wenn er mir seinen Namen verrät dann geflogen dann banne ich ihn sogar Moment ich habe gerade eine SKS gehört das war ich ich höre schon ok boah ich habe rote Kette gerade jetzt wenn der Typ auf mich auf uns zuläuft hier aber ich glaube der lockt sich wahrscheinlich in den Baum rein aus oder er mochte sie aus dem Staub ich weiß auf jeden Fall wir sind auf dem Sniperhügel welcher oh mich schießt wer auf mich hat wer geschossen noch ja komm jetzt komm ein bisschen zurück ich hab ein bisschen aus der Tür geglitscht halt ja komm nach hinten ey ich glaub Bebo der ist bei dir also der ist unten oh schießt genau auf die Tür der ist südlich der ist südlich was der schießt auf die Tür vom Headquarter oder vom ATV ich glaube ich weiß wo der ist vom Headquarter vom Headquarter vom Headquarter da muss er auch vorm Filmgelände liegen ja 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 da läuft ein Zombie da läuft ein Zombie der ist südlich der ist ungefähr 200 Meter südlich vom HQ2 unten beim Bach fuck er redet korrekt wieder Bebo bitte Bebo check mal bitte den Tower nicht dass der mich jetzt von oben abknallt äh jo boah boah wer schießt denn nicht was sind das für Schüsse ist das bei irgendwelchen Boxen oder ja der schießt da ja Leute David schießt du nein ich schieß nicht das ist bei uns in der Nähe irgendwo ja bei David bei David ne das ist der da der ist genau südlich beim Bach sagst du ja der ist beim Bach da unten genau vor dir war der jetzt stopp 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 genau vor dir da wo die Steine sind da ist er gewesen genau da drin der läuft rechts von dir läuft ein Zombie grad weg ja ok hier ist ein Spieler rechts von uns in der Wand siehst du den siehst du das hier rechts guckt einer mach Waffe raus der ist jetzt vorne an der Tür guck die Waffe raus da ist der läuft einer durch die Wand ja das ist ein Cheater ja das ist ein Cheater wo denn weht Gebäude HQ2 da unten ja genau links in der Ecke oder was ja da ist einer im HQ2 in den Wänden ich hab ja einer beacken halt jo das war mit dem blauen Rucksack der Typ oder das war der Cheater ja ok das ist noch ein Cheater auf jeden Fall seinen Namen zu checken DC Hanno aber hier ist einfach noch ein Cheater wer hat jetzt geschossen? ich 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 also ich muss nochmal schauen ich bin am Ende naja ich bin jetzt ja wieder da wo wir runtergerollt sind bist du da noch irgendwo? ich bin vorne an der zweiten Baumreihe siehst du ihn noch? ich seh ihn nicht in der Wand nicht da sieht man auch nicht wenn man hier durchschaut der war auf jeden Fall in der Wand der war ganz eindeutig war ganz eindeutig nach dem Schuss Dominik unten oder oben? der war unten zunächst da ähm das muss man kurz erzählen der war bei dem äh äh bei dem Verbandskasten wach er in der Wand dann ist er durch die Tür in der Wand am Vergefängnis die Treppe hoch in der Wand und dann war er weg ja und hier ist einer vor mir Erik da ist einer vor uns vor uns da ist einer stell auf 100 Meter am Knallen ab wenn er vor dir steht ja ich hab keine Waffe gezogen da ist einer der sieht genauso aus wie du also auch Karnscheiße wir wollen bitte weiter den Tower abchecken ich lauf grad wieder richtig auf ihn da hin jo bis er jetzt oben irgendwo ist den Garn ich hab ne der liegt dann bei oben gut du willst bitte check du leichtere Heiden gleich wieder ja so im Haku aufm Feld wer rennt aufm Feld ich 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 Benni ich komm wieder zurück ja ich komm wieder zurück ja ich komm wieder zurück alter ist heut Action hier kann Impulse checken ich lade nach ja warte jetzt ich hab bestimmt gesehen ich werd feiern cool Na 나온 Intenity oh ausglööck Leiche versteckt fertig hab ich so wir haben immer drei Kandidaten in Power den Farb der Longgons live erwischt ja gut dass ich den er hat eine Mosi dabei Weil der wollte auch bis zum Sniper Uh, ist mein Herz noch mal in die Hose gerutscht grad Oh, scharfes Pflaster heute hier So Leute, weiter konzentrieren, wir haben immer noch drei Mann im Tower drinnen Wir haben drei Weil ich mal drunter kommen Die beiden Blame Henshin save ihre Position Ne, lass das mal, bei mir war es auch grad gut, dass einer dabei war Hey, wer redet hier? Wer schießt? Geh weg, damit geh weg, ja Wenn jemand reinnimmt, ist er tot Wo ist denn, ja? Ich bin bewusstlos Aber sah nach dem Cheater aus Der kam aus dem Nichts und ist dann Ja, das war der Ende der Wand, wohlgemerkt Also rennt schon wieder ein Cheater hier auf unserem Server, wenn wir her Krieg ich mir das Kotzen Drei Zwo Eins Feuer Was? Schau T sau F nest Fett